Moin mir da und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Das letzte Mal, das letzte Mal unseren Vater, unsere Vaterfigur Ross gesehen. Und sind jetzt im Dorf. Uiuiui. Mutterherz, genau Mutterherz, nicht Mutterseelen, Mutterherz. Aber da, das können wir auch mal schauen. Ähm. Boah, es tut mir immer so leid. Ich sag mal, ähm, es ist schlecht. Ich wünschte, wir könnten jeden Abend so feiern, nicht nur zu besonderen Anlässe. Ja, das würde ich... Das ist gut an. So viel tanzen. Ja? Bro. Boah, kennt ihr mich? Die sieht aus wie die andere ausgestoßene da. Von draußen. Als meine Mutter jung war, war die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung. Hehe. Willst du bei der Erprobung betreten? Es ist wirklich mutig. Wow, er hatte eine tiefere Stimme, als ich dachte. Als meine Mutter jung war, war die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung. Das hat schon mal eben gesehen. Als meine Mutter jung war, war die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung. Der Teil ist klasse. Eine Darbietung sollte die Zuschauer mitreißen. Nur hier lieber Abend hat mir das... Boah. Okay. Das weckt der Erinnerung. Ich wünsch dir, der Geld nicht kriegt. Das war's halt nicht. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht hier. Was für ein Teil. Eine Gabe der Ruhe. Ich will was Neues sehen. Wir wollen mal speichern. Ach, hier sind noch ein paar andere. Interagieren. Ja, wir interagieren. Nice. Okay. Genug interagiert. Hätte ich jetzt auch keine Lust, noch irgendwas vorzuhaben. Naja. Achso, hallo. Hallo. Hier drüben. Du bist Eylor, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Ja, obviously. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Ah, doch. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämpfst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Wow. Natürlich wird das ausgerüstet. Ich kriege so ein kleines Bildchen hier. Der Rest? Der Rest kostet natürlich was. Das macht natürlich Sinn. Oh, hi. Okay. Bekaufen wir jetzt eigentlich was. Pff. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tep. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Thiersa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Thiersa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Karja, die nach Jahren erstmals wieder im heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen. Oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt. Du solltest dich ducken. Drei Kinder. Was will ein Nora mit drei Kindern? Pff. Frag ich mich aber auch. Hm. Vielleicht würden sie sich doch nicht alle impfen lassen, ne? Oh, je, je, je. Uh. Da steigt er immer noch aufs Dach. Wow. Okay, er ist aber absolut drunk. Okay, interessant. Hier sieht's aus. Okay, da hinten ist das Haus. Ei, 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 ei. Nö. Aber bloß du nicht. Nee, nee. Meine Piste. Nicht. Ja, da hat man bestimmt, da hat sie bestimmt richtig Bock drauf. Es scheint wirklich niemals zu sein, der jetzt ist groß, was trinken würde. Ich habe übrigens herausgefunden. Und das finde ich wirklich sehr interessant. Da habe ich echt, glaube ich, gar nicht mit gerechnet. Ähm, der Nachfolger dieses Spiels. Horizon Forbidden West. Ja, er sollte eher für die PS5 erscheinen. Und für die PS4. Auch. Und das tut es auch. Das tut er auch. Der Nachfolger. Und zwar in... einem Monat. In einem Monat und einem Tag. Kommen tatsächlich der Nachfolger schon raus zu diesem Spiel. Ups. Ich komme sofort. Ich komme nicht mit dir hoch. Na, wie geht's dir? Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle. Ich will, dass du da runterkletterst. Du willst, dass ich nie meinen Spaß habe. Ups. Gut. Bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach. Ja, mach ich. Okay. Ach, sie hat mir nichts zu befehlen. Weiter oben sieht die Kette. Sehr gut. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre... Bei den Maschinen bin ich bei unsicher, aber egal. Sie lebten friedlich nebeneinander. Im Schutz ihres Bettens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Hm. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben. Ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich. Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König. Eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort. Starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Wow. Also die Menschen sind wirklich gut darin, sich die Dinge... Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ihr nicht mehr geht. Es ist wirklich unglaublich, wie gut Menschen darin sind, sich die Dinge so zurechtzulegen. Könnt ihr hier mal aufhören? Könnt ihr mal die Füße halten? Es waren alle ihre... Hey, läuft hier drüben. Ah, okay. Okay. Also, es ist unglaublich, wie gut Menschen darin sind, sich die Dinge so zurechtzulegen, wie sie für sie am besten passen. Komm mal her, Eloi. Karst? Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wir können dich vergessen. Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Oh yeah. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte dich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt. Dein Pech. Dann doch nicht. Dann kaufe ich doch nicht an. Er bietet dir genau das gleiche an. Naja. Ah, so. Da war's schon wieder. Ich sollte damit aufhören. Jetzt denn hier... Wo sieht man eigentlich, wie gut die Waffen sind gegenüber dem, was wir jetzt schon haben? Oder macht das überhaupt Sinn? Oh, ich wirklich. Okay. Ein langsam, Freunde, aber äußerst zielsichere Bogen eigentlich ist nicht am besten für den Fernkampf, wenn es in der Situation kommt. Okay. Hol ich mir da irgendwas von? So, die habe ich ja schon. Ist das die, die ich schon habe? Ja. Dann brauche ich ja nicht noch eine. Ach, das steht da links. Okay. Okay, 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 okay. Okay, so. Wandhabung. Um nur zu Maschinen am Boden fest zu werden und wegen, um es um Wicht zu machen. Aber mehr Seile können modifiziert werden. Hm. Ich weiß aber nichts oder nicht, ob ich irgendwas von dir brauche. Es ist, äh... dass man nur diese Gratis-Proben kaufen kann. Schwierig, schwierig. Ich glaube... Ich glaube, ich... bleib. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Ich glaube, das passt. Also... Guck mal hier, ich habe, ähm... Munition, 16... 16 Schaden. Ja? Und Feuerpfeiler machen 13, aber 25 Feuer. Ja, das ist natürlich mehr. So, und so, wenn ich jetzt... Und jetzt dieses Teil hier macht... Fünf? Nein, 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 ähm... Das ist Elemental, okay? Das ist ein Elektrobogen. Der hier... Oh, 60. Das ist schon geil. Komm. Ich snack mit denen. Ja, Mann. Guck mal hier, stille Maschinen und erledige Wächter in Präzisionsverein ins Auge. Geil. Okay. Ich mache jetzt natürlich erstmal die Hauptquest. Aber, nee, das ist... Das ist doch... Das ist gut. Das ist gut. In kurzem segnen wir die Erprobung. Get out of the way. Doch zunächst... heißen wir Gäste willkommen. Seit zwei Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karjah. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Ähm, ähm, ähm. Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklavung! Der Mörder und Versklavung! Hey, hey, lass das sein. Nora, Gläubige, lass das sein. Ich bin Oseram, kein Karjah. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karjah. Doch der 13. König ist tot. Seit zwei Jahren. Wer tötet dich? Der 14. Hört sich gut an. Der tötet sich. Schlüssig. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören. Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abbad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Ja. Sieht so aus, als wäre es an dem kahlen Mann. Eine der besondere Karjahsgeräte in dem Munde des 14. Die Karjah nahmen bei ihren Raubzügen vor fünf Jahren meine kleine Schwester mit. Und vergib ihnen, ich kann es einfach nicht. Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Da. Was ist los? Tut mir leid. Hä? Fehlfunktion. Olin. Du suchst dir neue Freunde, was? Ich. Ich komme wieder. Warte. Nein. Wir reden später. Ich muss los. Woho. Sein Kater ist schlimm, Oh Gott, oh Gott, ey. Alter. Saufkörper, ey. Ey. Du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Dein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. WG. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, dass er sich gerne ansteckt. Nicht schon gut. Hier steht er toll. Ich dachte, dein Freund würde einen faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene. Gemieden vom Stamm. Oh. Ja. Die Nora machen sowas. Grausam. Das ist nicht so geil. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. So haben auch dieser Stamm ihre eigene Wahrheit. Sehr schön. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Und ist der Takt voll, nicht erst nach der Schwester zu fragen. Geil. Die Kärja-Rebellen und Ossera-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora verbannte. Du solltest vorbeikommen. Okay. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Kärja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, äh... Direkt. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm. Weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und... Alles Wichtige. Und Freibeuter. Was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner. Also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Abarth hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich... Was wusste denn das? Die Maschinen vor 15, 20 Jahren damals waren sie noch nicht an, ey. Wie alt denkst du, ist sie? Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht. Tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Ne. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann war es schwer, sie zu jagen. Aber dann kam die und jetzt surgt noch ein paar Jahre. Als ob das noch nicht ausreicht. Wie der Sägezahn? Ja. Und wie kommt das? Das weiß niemand. Okay. Entschuldigung, hab ich grad verkackt. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haussteiner. Boah. Groß Lob. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn's ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken als es hier Straßen gibt und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm. wie eine Klinge des Himmels und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Wir haben noch viel vor uns. Ich seh schon. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Ich will alles wissen. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt. Stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte das nicht mehr kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Auch nicht schlecht. Naja, ich mein. Vielleicht müssen wir dem auch mal einen Besuch abstatten. Vielleicht kriegen wir eine gute Rüstung. Aber bestimmt. Sie ist nicht so die Person für die schwere Rüstung. Was weißt du noch über Olen? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Erzähl mir mehr über Olen. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer nicht genannt hat. Okay, also tatsächlich in dem Fall, das war jetzt schon wieder weiß. Also ich dachte, da kommt noch was, aber kommt nix. Dann war das wohl eben auch so. Ich dachte, ich versiegt nun gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Äh, wovon erhebt ist du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Können wir wohl aussuchen vielleicht, zu welchem Stamm wir gehören? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Ähm, also kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen. Könnte natürlich sein. Naja. So, ich renne schon wieder durch komische Gebiete hier durch. Ich weiß auch nicht, wie rum. Aber, ja, ja, ich doch, ich renne hier einfach mal einmal. Mal rum. Ähm, ja, das war doch mal, das war doch mal eine Rede hier. Darf man hier nicht hoch? Okay, nee, anscheinend nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr aufklickungsreiches Gespräch, kann man ja nicht anders sagen. es ist viel erzählt über die, über das Land hier, was uns hier erwarten könnte. Und ja. Ich bin hier. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern, Aspiranten vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu ehren, entzündet es nun. Zu ehren meiner Mutter, die mich gleich nach meiner Geburt im Stich gelassen hat. Das weißt du nicht? Oh, Mutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn die Ausdruck mütterlicher Hoffnung, eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, freiwillig im Wind, ein Licht am Himmel, bis es endlich überglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Nicht, dass ich glaube, dass Rose das nicht auch verdient hätte, aber... Ich meine, ich dachte jetzt, okay, komm, für die Mutter. Wir wissen noch nicht viel über sie, also... Naja. Das ist ja wenn du für fest zum Weg gelästert. Das des Mai gab es viele Skandale. Dieses Mal ist die Erzüge besser zu weit gegangen. Hallo, Olen. Du kennst meinen Namen? Ach, du weißt ihn von Errend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut. Ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In eine Ruine nördlich des Lands, das wir Oseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich hab meinen Fokus aus genauso einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch schlimmernd warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neun Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Eren brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruin auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Ich hätte mehr von dir erwartet. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen, den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Vielleicht sind die Kaja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Also, bist du auch, ich weiß nicht, ich fand es jetzt nicht so schlimm, mit ihm zu reden, wie sie. Ist es anscheinend schlimm aber gut. I mean, I get it. Ich glaube, ich wäre eh nicht so die Person, die einfach so Leuten sagt, du bist ein bisschen scheiße. Äh, sie anscheinend schon. Das ist schon okay. Aber ich meine ja nun. So. Wieder auch mal sagen. So, ich dachte, das wäre ein Huhn. So viele Leute. Da wäre ich auf jeden Fall ein bisschen neidisch. Ja, verstehe ich. Hier am Feuer schön wärmen. Oh, schön. Mir ist gerade echt ein bisschen kalt. Ich muss mal Heizung aufdrehen gleich. Ich bin doch literally da. Ah ja. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache? Dachte ich, es wäre die Latrine. Deine, deine Ahnung ist, Matthias. Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. So getrunken? So getrunken, sagst du? Am Arsch, der so weit fährt. Oder brauchst du meine Erlaubnis mit wahren Noten Ach Gott, ey. Ja, kannst du glauben. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, ne? Mit der würde ich dich nicht anlegen. Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oder? Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Du lässt es zu, dass Bast derart mit dir redet? Würde ich nicht. Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oder? Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Ach, Bast. Kann ich, kann ich gucken. Guck mal. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, ja? Du hast hier, ähm, Pfeile. Guck dir mich an. Ich hab auch einen Bogen. Was ist los, ausgestoßen? Feuer sogar. Sogar Feuer. Was ist denn Scheiß? Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Das Herz. Es ist immer schön. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ha, ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen, naja, aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrannt, Mark, für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Ach ja. Speichel lecker. Fordere Barst doch heraus, wenn er dich nervt. What the fuck einfach. Hast du gut gemacht mit Barst. Es sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Sympathisch. Okay, das war eindeutig. Fick dich. Okay, sehr gut, ey. War nicht lustig. naja, dann. Ich hasse es. Ich finde es eigentlich ganz entspannt. Ja, es wäre schön. Oh Gott, kommen jetzt Quicktime-Events. Ich würde es hassen. Okay. thanja, Also, Ich werde es schünen Wirholzer. Aber ich kann sein. Krieger, macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Das ist ein Graser! Okay, was zur Hölle ist jetzt hier los? Heute ist der Tag, er wird die Erprobe und gewinnen. Die Erzmütter dazu bringen, die Geheimnisse ihrer Geburtshoffbahn. Erledige einen Graser. Okay. Was? Bin ich jetzt for real verreckt einfach? Wow. G-fucking-G. Wait, kann ich nicht einfach... Nein! Nein! Ich meine... Warum geht das nicht? So, verfolge ich. Zack, easy. Ganz einfach. Die Trophäe ist hin, ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Stimmt. Die gehen das am besten. Schwerst du mir zu sagen. Schneller, na los! Okay. Ich muss sie einholen. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Drei Punkte haben wir jetzt. Okay, Ausbeutung. Schwerst du von mir. Das nehme ich auf jeden Fall. Und ein Punkt habe ich noch. Schnellere Heilung. Ist auch gut eigentlich. Ich muss sie einholen. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene. Die war hinter mir. Die soll stärker aus. Nein. Bin doch hier. Zack. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Fast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte. Das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Den aber auch machen. Ho, 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 ho. Ich bin so froh, dass das keine Quicktimes sind. Okay. Sie ist echt krass. Not gonna lie. Wow. Na klar tut sie das. Wie ist sie da raufgekommen? Ja, mit Skill. Zack. Ja. Digga. Auch hoch. Digga. Viel mehr. Ja. Ja. Sie kennen sich schon aus. Sie schafft das schon. Los, jetzt komm jetzt. Du schaffst es. Sie werden mich nichts schlagen. Zack. Here we are. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft? Damn. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy. Einst ausgestoßen. Jetzt Kriegerin. Die gesiegt hat. Okay, what the fuck, Alter. Okay. Okay. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde ein Weg. Fast. Fast. Machst du mit? Bin dabei. Ja, mal los. Jetzt. Okay, Jesus fucking Christ. Ja. Das sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wir müssen... Los, die Pfeile. Wir müssen keine Pfeile mehr haben. Dann ist gut. Wir schaffen das nicht. Oh, Mutter, hilf uns. Klar schaffen wir das. Warte. Vernichte die Eindringende. Jetzt mal noch welche. Da. Vernichtet die Schänder. Sie sind zu stark. Sie können sie nicht abhalten. Wir können sie nicht abhalten. So, was sind noch welche? Hast du das gut geklappt? Was ist los mit denen? Was ist deren Auftrag? Tötet sie alle. Keine Zeugen. Keine Überlebenden. Du hast absolut gar keine Chance hier. Da steht eine Pfeile. Nein. 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 Da war die. Da war Gott. Ich war Gott, was sie rollen. Es sind zu viele. Ah, bitte. Ach, ich habe keine mehr. Okay, fuck. Das ist doch kein Sinn. Was zur Hülle ist hier los, Alter? Nicht mit der Einstellung. Oh Mutter, hilf uns. Klar schaffen wir das. Okay, die sind ja wirklich jetzt, also die haben wirklich, sind wirklich nicht so krass am Angreifen hier. Ich möchte hier looten. Versteht ihr? Erledigt sie. Alter, voll, ja. Ja, okay. Fuck, ich. Warte, wo müssen wir genau hin? Wo müssen wir genau hin? Wie kann das sein? So. Okay, normale Pfeile reichen. Ne, warte, ich benutze gar keine normalen. Boah, ich benutze normale Pfeile. So. Das war's. Das war's, okay. Jetzt. Runter, solange es noch geht. Uiuiui, ey. Das ist echt... Alter. Komm zurück! Alter, was soll... Okay, es existieren Maschinengewehre. Ah, Vala! Vala! Nein! Der Rotshop stürmt jetzt! Alle vorwärts! Nein. Oh fuck, ich weiß nicht. Immer noch keine Ahnung, wo ich hinwursehe. Äh... Okay, er hat extrem viele Leben. Okay, nicht genug. Wow, ey. Also, ohne Scheiß. Ich sag mal, es wäre echt eine Idee gewesen, einfach nicht da rein zu rennen. Das wäre wirklich... Das ist echt schade jetzt. Oh mein Gott, Alter. Everyone's fucking dead. Okay. Ich glaube echt, ich hätte dir jetzt auch nicht alle einfach töten müssen, aber ich hab's jetzt... I-I did it. Ich sei. Ich war's. Was ist früher? Oh, oh. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind! Don't die trying, please! Oh nein! Oh nein! Verbrenne alles! Dazu deine Aufgabe! Wie du befehlst! Eloy! 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 Ich bin dein Leben! Ich bin dein Leben! Geh! Ich bin dein Leben! Ich bin dein Leben! Ich bin dein Leben! Oh nein! Eloy! Ich bin dein Leben! 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 Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Ich bin nicht. Gott, fucking Damage. Okay, 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 okay. Jetzt bloß nicht ausrasten. Ich habe keine Heilung. Okay, scheiße. Aber, naja, das ist schon okay. Oh Mann. Okay, Leute. Kann ich hier überhaupt speichern oder so? Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier den Part beenden und beim nächsten Mal weitermachen. Es scheint doch sehr spannend zu sein. Also, ähm. Ja, also. Danke fürs Zusehen. Und, äh. Ich muss auch, wenn es ist halb eins. Ich muss morgen aufstehen. Zu normalen Uhrzeiten. Also. Das hat euch gefallen. Und bis dann. Ciao. Ich muss alleine. Ja. 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 Vielen Dank.